Moin, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier auf meinem Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute möchte ich euch das Spiel Los zum Floß vorstellen. Los zum Floß ist ein brandneues kooperatives Spiel für ein bis vier Spieler. Es kommt bei Skellig Games und mir wurde hier eine Master Production Copy im Vorfeld zugesandt, so dass ich das Spiel einmal testen kann und wenn es frisch rauskommt, könnt ihr dann schon gleich entscheiden, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Ich stelle euch ganz kurz die Spielabläufe vor und werde euch dann noch kurz sagen, wie mir das Spiel gefallen hat und ich würde sagen, ab geht's. Stopp, 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 stopp. Bevor wir hier weitermachen, ich habe gesehen, dass ihr den Kanal alle noch gar nicht abonniert habt. Das müsst ihr natürlich unbedingt noch machen. Also auf den Abo-Button klicken, die Glocke anmachen und dann verpasst ihr kein cooles Video mehr hier auf diesem Kanal. Und jetzt geht es weiter mit Los zum Floß. In Los zum Floß versuchen wir die Katzen von ihren Startpunkten über die Gebietsfelder zu dem rettenden Floß zu bringen. Es ist so, dass hier der Wald angefangen hat zu brennen und ja, der Wald, das Feuer hört nicht auf, die Katzen einzuholen und wir wollen natürlich nicht, dass die Katzen eingeschlossen werden. Also wollen wir hier die Katzen möglichst gut über ihre Felder bewegen und vor dem Feuer retten, auf das rettende Floß bringen. Und es ist so, dass jede Katze aber nur auf ihren eigenen Gebietsfeldern wandern kann. Also die gelbe Katze oder orangene Katze in diesem Fall darf nur auf den gelben Feldern wandern, die grüne auf den grünen, die blaue auf den blauen und so weiter und so fort. Je nachdem, welches Szenario ihr spielt, ist der Aufbau dann auch unterschiedlich. Unterschiedlich viel Feuer, unterschiedlich viele Katzen im Spiel und es gibt noch unterschiedliche Regeln, auf die ich gleich nochmal ganz kurz eingehe. Dann läuft das Spiel eigentlich relativ simpel. Es ist so, dass wir Handkarten auf der Hand haben. Es gibt vier unterschiedliche Kartenstapel, von denen wir jederzeit, wenn wir Karten ziehen können, das ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel der Fall, ja, variabel ziehen können. Es gibt quasi einen Kreisstapel, einen Viereckstapel, einen X-Stapel und es gibt einen Dreieckstapel. Und auf den Rückseiten der Karten seht ihr immer, dass die Landschaften hier so unterschiedlich unterteilt sind. Und das gibt einfach die Wahrscheinlichkeit unter diesen Karten oder, ja, auf der Rückseite der Karten an, wie die verteilt ist, also wie die einzelnen Felder verteilt sein können. Das heißt, in dieser Karte X sind sehr viele grüne Landschaftsfelder meistens und sehr viele blaue und von den anderen vielleicht nicht so viele. Und je nachdem, ja, welche Karte man dann hat, kann das dann unterschiedlich ausfallen. Also hier zum Beispiel haben wir sehr viel Grün, ein bisschen Blau und hier haben wir dann gar kein Grün mehr, aber dafür sehr viel Blau. Also es gibt die ungefähren Wahrscheinlichkeiten an in den unterschiedlichen Kartenstapeln. Und nun haben wir Karten auf der Hand und jetzt ist es so, dass wir jederzeit, wenn wir am Zug sind, und das können wir selber untereinander bestimmen, wer am Zug ist, zwei Aktionen machen können. Das heißt, wir sprechen uns vorher ab, wir können diskutieren. Okay, pass auf, ich habe irgendwie gute Karten, die sind, ja, die sind gut für das blaue Gebiet, also für die blaue Katze und, ja, da können wir so ein bisschen drüber reden. Wir dürfen natürlich nicht sagen, wie viele Felder welche Karte hat. Also wir dürfen immer nur sagen, okay, ist sie eher gut für Grün, gut für Orange, vielleicht nicht so gut für Orange. Und wenn wir, ja, uns dann ausgetauscht haben, dann müssen wir bestimmen, wer dran ist. Und derjenige hat dann zwei Aktionen zur Auswahl. Das eine ist, wir können einfach eine Karte auf das Board spielen. Das heißt, wir können auf dem Board die einzelnen Felder so verändern, dass wir einen Weg bauen. Also wir können jetzt hier ja solche Karten legen und dann haben wir vielleicht für die einzelnen Katzen eine zusammenhängende Fläche geschaffen und diese führt optimalerweise zu dem Floß und dann könnten die Katzen sich darüber bewegen. Wenn wir das tun, dann müssen wir einfach, je nachdem, also jedes Mal, wenn wir eine Karte gelegt haben, so ein Feuerplättchen aus diesem Beutel ziehen. Und dieser Beutel, der ist bestimmt mit extrem vielen Feuerplättchen in unterschiedlichen Formen und Größen. Und ja, da möchten wir natürlich auch möglichst effektiv auf dem Board puzzeln, um die Katzen nicht in Gefahr zu bringen. Wichtig, wir müssen immer angrenzend puzzeln. Also, ja, das Feuer breitet sich natürlich immer angrenzend aus und wir dürfen natürlich, ja, die Standardlegeregeln mit über den Rand und so weiter, ja, nicht, müssen wir beachten. Und die zweite Aktion, da können wir auch einfach die Katzen bewegen. Wenn wir das tun, müssen wir eine Karte ablegen und können die Katzen dann so weit wie möglich bewegen, in den normalen Regeln so weit wie möglich. Es gibt noch Profiregeln, bei denen das Ganze dann ein bisschen eingeschränkter ist. Und die Felder, ja, die Katze können wir dann quasi über ihre eigenen Felder bewegen und wir wollen sie dann ja natürlich möglichst zu dem Floß bringen. Es ist aber nun so, dass jedes Mal, wenn wir eine Karte ablegen, wir gucken müssen, ob ein Desaster ausgelöst wird. Und das passiert immer, wenn vier Karten abgelegt wurden, das heißt, wenn quasi vier Katzen hintereinander bewegt wurden. Und dieses Desaster ist in den einfachen Regeln einfach, wir ziehen ein Feuerplättchen und müssen es auch wieder auf das Brett legen. Oder wir ziehen hier so eine Desasterkarte, das kann man auch machen in einer angepassten Regel. Und dann, ja, am Ende kommt auch immer ein Feuerplättchen ins Spiel, aber wir bekommen noch, ja, zusätzliche Optionen hier. Wie zum Beispiel, bewege alle Katzen je zwei Felder weit. Also das ist auch eigentlich ganz cool. Und ja, dann versuchen wir das zu schaffen. Und diese einzelnen Szenarien, die stehen dann hier in so einem Szenariobuch. In diesem Szenariobuch befindet sich natürlich ein Basic-Tutorial, bei dem wir wirklich die absoluten Basics erklärt bekommen, wie das funktioniert mit der Bewegung, wie das funktioniert mit der Kommunikation etc. pp. Und dann gibt es hier noch vier Kampagnen. Eine Kampagne besteht immer aus, ja, einzelnen Szenarien unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade für die normalen Regeln. Und dann sind hier noch fünf Profispiel-Kampagnen, auch wieder mit unterschiedlichen Szenarien unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, auch mit noch einem Tutorial für die Profiregeln. Und ja, diese einzelnen Szenarien und Kampagnen unterscheiden sich dann natürlich von der Schwierigkeits-, vom Schwierigkeitsgrad und natürlich auch von den Regeln, die dann alle so da drin sind. Und das geht dann mit dem Schwierigkeitsgrad auch einher, also auch mit der Komplexität einher. Also das Spiel kann man tatsächlich von, ja, mit Kindern spielen, bis hin zu Kennerspielern, die dann ein bisschen was, ja, Anspruchsvolleres haben wollen. Und ja, und da gibt es unterschiedliche Regeln, die man da so noch einführen kann. Also natürlich am Anfang erstmal so, okay, dieses Floß, das können unterschiedlich schwer sein. Wir haben hier so ein Floß, da kann jede Katze von jeder Seite drauf. Dann gibt es so ein Floß, da müssen Katzen auf bestimmte Felder. Wir können das Floß noch modifizieren, indem wir solche Marker da drauflegen. Das sind so Zahlenmarker, die dann sagen, in welcher Reihenfolge wir welche Katze dann noch drauflegen müssen. Das ist dann auch in den einzelnen Szenarien vorgegeben. Und natürlich ist die Anzahl der Katzen variabel. Also es gibt von jeder Katzenart maximal zwei. Und es gibt dann noch diese Spezialkatzen hier, diese weißen Katzen, die haben kein eigenes Gebietsfeld. Die können nur auf solchen Wegen laufen. Das heißt, diese Wege verlaufen über, diese weißen Kieswege verlaufen über unterschiedliche Gebietsarten. Und dann müssen wir natürlich auch diese so puzzeln, dass diese weißen Katzen die Wege entlang zu dem Floß finden. Das ist auch eine ganz coole Sache. Und dann gibt es noch solche interessanten Marker hier, so Redemarker. Denn das mit der Kommunikation ist relativ schwierig, sag ich mal. Wir dürfen nämlich in dem Moment, wo wir entschieden haben, wer am Zug ist, dürfen wir nicht mehr reden. Wir dürfen demjenigen, der am Zug ist, nicht in den Zug hineinreden. Wir dürfen den nicht kommentieren, sondern er ist komplett für seinen eigenen Zug verantwortlich. Er kann dann entweder eine Karte ablegen, um die Katze zu bewegen, oder er spielt eine Karte und niemand darf dagegen was sagen. Oder ihn da reinreden. So haben wir kein Alpha-Leader-Problem. Und ja, jeder ist quasi auch wirklich für seinen eigenen Zug verantwortlich. Erhöht natürlich so ein bisschen den Druck. Wie gesagt, aber das Alpha-Leader-Problem haben wir dadurch nicht. Dann gibt es noch diese Marker. Und mit diesen Markern dürfen wir reden oder auch miauen, wenn wir die einsetzen. Die dürfen wir einmal im Spiel benutzen. Jeder hat genau einen Marker. Also entweder eine Rede- oder einen Miau-Marker. Bei dem Miau-Marker dürfen wir, wenn wir den einsetzen, einfach lautlos miauen. In unterschiedlichsten Tönen oder in unterschiedlicher Intensität, damit wir dem, der dran ist, vielleicht irgendwas klar machen wollen, ob irgendwas vielleicht besonders gut oder nicht so gut ist. Und bei dem Rede-Marker dürfen wir einfach ganz normal reden in seinem Zug. Das gilt alles nur einen Zug lang. Und das darf man natürlich auch nur einmal im Spiel einsetzen. Dann gibt es noch solche Hilfsmarker, solche Wassermarker. Da dürfen wir dreimal in der gesamten Partie entscheiden, in ein Feuerplättchen zu entfernen, um ja ein bisschen Platz zu machen, falls es heikel wird. Wenn wir das Szenario geschafft haben, bekommen wir aber für jeden Wassermarker, den wir benutzt haben, weniger Punkte. Das heißt, wir wollen es eigentlich möglichst nicht machen. Und dann gibt es ja noch solche Spezial-Startplätze hier. Das ist auch sehr interessant. Hier startet zum Beispiel die grüne Katze und ist so eingekesselt vom Feuer schon. Und wir müssen es schaffen, eine zweite grüne Katze hier auf diesen Punkt zu bringen, damit diese die retten kann. Also diese Katze kann quasi nur über diese Feuerbarriere rüber, wenn wir es schaffen, erstmal eine andere Katze hier in die Nähe zu bringen. Und dann können die sich gegenseitig retten. Und dann gibt es noch Profiregeln. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Regeln. Da ist es noch so, wir dürfen die Katzen maximal fünf Felder weit von bewegen. Es gibt noch eine Regel, wo ja zwei Katzen der gleichen Farbe oder wo Katzen immer möglichst nah beieinander sein wollen. Die dürfen dann nur eine bestimmte Anzahl von Feldern auseinander sein. Dann gibt es noch solche Desaster-Karten, die wir halt irgendwie mit reinnehmen können oder nicht. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen und die unterschiedlichsten Komplexitätsgrade. Genau. Und das spielt man dann quasi so lange, bis man das Szenario geschafft hat oder nicht. Also das heißt, wenn eine Katze es nicht mehr schaffen kann zu entkommen, dann hat man es halt verloren. Wenn man alle Katzen auf das Floß gebracht hat, dann hat man das Szenario gewonnen. Und dann schreibt man sich auf, wie viele Punkte man in dem Szenario hat und kann dann auch noch die Punkte hier in diesem Szenariobuch eintragen. Aber man kann natürlich auch jedes Szenario und jede Kampagne irgendwie für sich spielen oder sich einfach ein Level raussuchen. Am Ende ist es der Schwierigkeitsgrad und der Aufbau, der sich so leicht voneinander unterscheidet. Der Los zum Floß ist so eines dieser kooperativen Spiele, die mit dieser Art Kommunikation so ein bisschen spielen. Da gibt es natürlich mehrere Vertreter von. Der vielleicht bekannteste Vertreter ist Magic Maze, bei dem wir ja gar nicht reden dürfen, sondern immer nur irgendwie wild auf den Tisch schlagen, was man eigentlich auch nicht darf. Und bei Los zum Floß, finde ich, wird ein ganz guter Mittelweg gewählt, denn wir können immer zu bestimmten Zeitpunkten des Spiels miteinander reden. Wir können uns absprechen, was für Karten wir haben. Wir können uns absprechen, ja, welche Karten wir vielleicht ziehen wollen, um bestimmte Strategien zu fahren. Aber in dem Moment, wo dann bestimmt wird, welcher Spieler dran ist, darf nicht mehr reingeredet werden. Und das finde ich sehr erfrischend, muss ich sagen, weil meistens ist es ja so, wenn wir ein kooperatives Spiel spielen, dann ist quasi am Ende sind irgendwie alle Informationen halbwegs offen, weil man ungefähr weiß, was gezogen wurde. Und wir haben immer einen am Tisch, der das eigentlich alles am besten weiß und der quasi alle Spieler mitspielt. Und das kann hier auf keinen Fall passieren. Es ist einfach, ja, man wird bestimmt, dass man dran ist oder man hat irgendwie gesagt, pass auf, ich habe richtig gut, was gut ist für blau. Ähm, und irgendwie blau ist jetzt Prio, dann, ähm, ja, dann wird man bestimmt, dass man dran ist und dann kann einem auch keiner in den Zug hineinreden. Oder man entscheidet sich vielleicht irgendwie, die Katze, ja, irgendwie nur ein Feld, ja, irgendwie auf ein bestimmtes Feld zu bewegen. Und das kann sein, dass das vielleicht ein Feld zu weit war, weil man sich dadurch vielleicht was verbaut hat oder dem anderen was verbaut hat mit solchen Karten, mit den Karten, die er auf der Hand hat und so. Und man ist dann einfach dafür verantwortlich und dann passieren Fehler. Aber das ist gerade, das macht gerade den Reiz des Spiels aus, dass nicht jeder perfekt spielen kann beziehungsweise, dass nicht einer perfekt für alle spielen kann. Das finde ich wirklich sehr erfrischend und dadurch hat man auch einen ganz guten Flow, weil man einfach auch über seine eigenen Züge brüten kann und der andere über seine eigenen Züge und man nicht irgendwie zusammen stundenlang diskutiert, wie es dann auch zum Beispiel bei Spirit Island der Fall ist, was ich absolut überhaupt nicht mag, wenn man alle irgendwie Fähigkeiten von irgendwem sieht und man dann stundenlang rumdiskutiert, was die beste Zugfolge für alle wäre, das passiert hier einfach nicht. Das heißt, der Flow ist wirklich sehr fluffig. Außerdem muss ich sagen, ich finde es extrem cool, wie unterschiedlich hier die Schwierigkeitsgrade sind von dem einfachen Tutorial, was man wirklich auch gut mit Kindern spielen kann, bis hin zum letzten Kampagnen-Profi-Spiel, was wirklich knifflig ist. Ich habe natürlich nicht alle Kampagnen und alle Szenarien durchprobiert, aber ich habe immer so stichprobenartig natürlich das Tutorial, die Tutorials gemacht, dann immer ein, zwei Szenario, Szenarien aus einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und im letzten Profi-Regelspiel haben wir uns dann eins rausgesucht und sind dann auch direkt am Anfang wirklich grandios gescheitert. Da muss man wirklich aufpassen, weil das Feuer, ja, sehr schnell kommt, muss man sagen. Und man, ja, echt wenig Zeit hat, diese Anzahl von Katzen, die dann ja auch immer höher werden, mit den Wegen und mit allem drum und dran irgendwie im Auge zu haben. Sehr cool. Und dann muss man natürlich auch super effektiv puzzeln mit diesen Teilen, die hier aus dem Beutel kommen, die alle so krass unterschiedlich geformt sind und man immer so denkt, ah, wie soll ich das jetzt noch cool unterbringen, dass ich da irgendwie kein Feld verschwende. Am Ende kommt es dann wirklich auf jedes einzelne Feld drauf an, was man dann irgendwie effektiv genutzt hat, ja, auf Feldern, bei denen man weiß, dass die Katzen dann nicht mehr drüber müssen. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, vom Material und so, ich finde es, ja, es sieht tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, bisschen minimalistisch aus, aber ich finde tatsächlich gerade in den späteren Leveln ist das auch sehr hilfreich, dass die, dass das sehr knallig ist von den Farben. Ähm, ich finde so ein bisschen, ja, die einzelnen Illustrationen, die hier auf den Dingern sind, das ist halt Geschmackssache. Es sieht irgendwie, ich weiß nicht, diese Herbstbäume, die sehen so ein bisschen aus wie irgendwelche Bonbons oder irgendwelche Zuckerwatte, aber das ist natürlich alles super Geschmackssache, ist nicht ganz mein Stil, wobei ich sagen muss, zum Beispiel dieses, ähm, Cover hier, das finde ich absurd cool. Ich finde diese Katze, die guckt, also ich bin ja eigentlich auch Katzenfan, muss man sagen, auch wenn ich keine eigene Katze habe, aber, ähm, wie cool ist diese Katze? Also ich liebe dieses Bild, muss ich sagen. Richtig, richtig cool. Auch mit den Katzen da oben noch und dem, ja, hier hat die Katze es quasi schon aufs Floß geschafft und hat sogar auch noch ein paar Katzen mitgenommen und sogar noch eine Maus, wobei ich eine Maus hier tatsächlich in dem Spiel gar nicht vorkommt. Äh, zumindest habe ich keine gesehen. Vielleicht habe ich irgendeine Karte nicht gesehen, auf der sie versteckt ist. Grundsätzlich, ja, cool, vom Schwierigkeitsgrad her anpassbar und natürlich dann auch dementsprechend von der Spiellänge, weil man, ja, dann entweder Kampagnen spielt, Szenarien spielt oder, ähm, ja, irgendwie alles auf einmal spielt. Ähm, muss ich sagen, gefällt mir auch wirklich gut und, ja, ein sehr solides, sehr gutes, kooperatives Spiel mit diesem gewissen Kommunikationskniff, der aber nicht zu weit getrieben ist, weil ich hasse Spiele, bei denen man gar nicht kommunizieren darf, bei denen man wirklich völlig hilflos ist und das ist hier halt nicht der Fall, weil man wirklich auch in der Gruppe, ähm, ja, das sehr gut absprechen kann, welche Strategie man fährt. Ähm, von der Spieleranzahl muss ich sagen, man kann es wirklich toll zu zweit spielen. Ich würde sagen, zu zweit ist es auch tatsächlich nur einen Tick einfacher, weil man sich ein bisschen besser absprechen kann und die Karten erlauben es auch, sich gut aufzuteilen auf die unterschiedlichen Katzenfarben. Später wird das ein bisschen schwieriger, aber gerade so in den ersten Szenarien ist es wirklich auch gut, weil man dann sagen kann, ja, okay, ich nehme hier irgendwie, ich nehme drei von den rot-blauen, also das heißt, ich gehe auf rot und blau, du machst irgendwie grün und blau oder grün und gelb und dann kann man hier wirklich ganz gut diese einzelnen Karten ziehen. Später, ja, wie gesagt, ist das, wenn ein bisschen mehr Katzen noch auf dem Brett sind, ist das alles nicht ganz so einfach mehr und dann kommt es auch wirklich stark darauf an, welche Karten man auf der Hand hat und wie man dann hier die Wege baut, das ist am Anfang immer noch sehr entspannt. Genau, und ich glaube, das war es alles, was ich zu Los zum Floß sagen möchte und kann. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen, oder ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen über das Spiel. Ich muss sagen, mir hat es echt richtig gut gefallen, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so der Kooperativspieler bin, aber ja, es ist wirklich sehr fluffig und das wird einfach immer mal wieder wahrscheinlich irgendwie an einem Wochenende so als Absacker noch auf den Tisch finden, auch vor allem, weil der Aufbau wirklich schnell gemacht ist. Man sucht sich so ein Dings raus und theoretisch kannst du auch random aufbauen über so ein, vielleicht gibt es auch so einen Randomizer irgendwann, legst die vier Plättchen hier hin, holst noch die Karten raus und das war es und dann geht es ab. Dann muss man noch die Katzen irgendwie draufstellen und dann kann man einfach losspielen. Also super easy und vor allen Dingen die Regeln sind halt super eingängig. Regelwerk ist auch in Ordnung, kann man nicht so sagen. Tolles Spiel. Das war es mit Los zum Floß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, Abo-Button nicht vergessen und ja, falls euch das Spiel interessiert, schreibt auch gerne mal einen Kommentar zu und ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte hier ein gespielt Video hier oben mit sieben Spielen, die ich vorstelle und dann spontan in einer Zufallskategorie auch noch immer einranke. Das ist für mich selbst auch tatsächlich sehr interessant manchmal, weil es ja sehr spontan sein muss und dann hier unten weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.